Hey you Leute, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Skywars auf dem TheWaze.net-Saga und mit dabei ist der Zeitungs-Effail, hi! Den ich auch auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken werde. So, dann fangen wir mal an, Frank. So, ich hab schon mal eine gute Rüstung, muss ich jetzt mal so sagen. Warte, ich hab einen Helfer nicht. Warte. Was hast du zwar ein? Ich hab einen verzaubert, also ich hab einen verzaubert, also du kannst den verzaubert auch. Ja, 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 gut. Zaubert. Ach, hier sind auch noch welche, ne? Ja, ich hab dir Hose und Eisenhose verzaubert. Ja. Hier, warte, hier, warte. Jetzt müssen wir den Eisenhelm aufsetzen. Hier, warte. Danke. Die Hose. Auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal... Wo ist der Magiertisch? Hier. Erstmal jetzt zu. Warum, ich kann in letzter Zeit, wenn ich jetzt hier so... Ich nehm jetzt einfach mal... Schärfe. Wenn ich auf Schärfe, ich krieg nur noch Schärfe und keinen Rückstoß mehr. So. Ist mir jetzt egal? Ich hab mir jetzt ein Rückstoßschwert gemacht. Ein Eisenschwert-Rückstoß. Damit kann man auch bestimmt was erreichen. Hast du Eisenschwert? Geil. Ja. Ich kann jetzt auch... Ich kann jetzt auch mal eine Rüstung verzaubern auf ihn. Aber da ist jemand! Was? Ja genau, Alter. Ich hab den nicht gesehen. Als ob. Als ob. Als ob. Ich hab den einfach nicht gesehen, also. Weil sie so lange gebraucht haben. Wir müssen jetzt einfach... Okay. Sag mal so. Nach einem kurzen Cut. Sehen wir sich wieder. Ja. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Jo Leute. Da bin ich wieder. Oder sind wir wieder. Auf einer neuen... Auf einer neuen... In einer neuen Runde. Aber auf einem anderen Server. Diesmal sind wir auf dem Server GOMMA HD. Und mit dabei ist wieder der. Zwei. Zwei. Hi. So. Auf jeden Fall mal Disliken. Was? Was? Ja. Nein. Könnt auch jedenfalls mal bei ihm vorbeigucken. Wir sind eigentlich ein ganz netter Junge. Junge. Was soll ich zusammen sagen? Eine kleine männliche Figur? Soll ich in die Mitte gehen? Ich hab in der Pferde. Ja. Ja. Ne. Verrext. Ich vertraue dir nicht. Ich hab zwar nur ein Steinschwert. Ich kann dir Essen geben. Ich hab genug. Scheiße. Hast du TNT? Äh. Drei Stück. Wollen wir mal ein TNT-Boost? Äh. Warte. Ich hab drei Dias, wenn du in die Stadt willst. Ja. Die nimm ich auf jeden Fall an. Haben wir hier eine... Ich hab auch Ambos ja auch. 32, ja. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, oder? Und 64 hab ich noch Werkbank. Mensch. Da drüben. Mir bringt ja Werkbanken nicht mehr im Zaubererzuschreiben. Ich hab' ja nicht gebrauchen. Aber... Oder so. Aber das ist ja nicht so. Komm, warte. Ich mach' jetzt TNT-Boost. Juck mich nicht. Komm. Was ist? Ich mach' jetzt TNT-Boost. Warte. Ich muss den voll abbauen. Komm, warte. 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 Die kommen. Die kommen. Warte. Die kommen. Die kommen. Alter, das sind drei Stück. Drei. Das sind drei. Nein. Nein. Ich bin down. Einen hab ich. Ja, ich bin down. Nein. Ah, fuck. Den anderen hab ich nur. Hast du grad gesehen? Ich wollt grad dir einen Z-Boost machen zu ihm. Ja. Okay. Dann würd ich sagen, Z-Boost in der nächsten Runde wieder. Jo, her, Leute. Und wir sind wieder in der dritten Runde. Auch dabei ist wieder der... Keine Ahnung. Ey. Kein Spaß. Keiner mag dich. Iiii. Okay, Spaß. Ich mach das hier. So. Ich hab Freunde, jo. Jo, ja. Jo, ja. Jo, ja. Jo, ja. Du schläg, 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 schläg. Jo, ja. Ganz viel TNT hier. Max, du zwei, die erst haben. Und ein Stock. Jo, gerne. Ich mach mich immer gerne an. Ne. Ich glaub ich, weil... Ich brauch's, ich brauch's dir auch vielleicht mal Rüstung, wenn du was hast. Da liegt noch... Jo, du, 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 du. Hier, wir schnell. Was soll denn das noch mal in der Kiste? Na, die will ich haben. Lass nicht die, ich will auch haben. Aber ich hab' nicht die schlechten Sachen. Ich hab' mir nur... äh... ich hab' nicht die Rüstung hab' ich dir dringelassen. Ja okay, ja. Da liegt die dir so. Nein, hast du auch ein Dias-Schwert? Ja, hab ich. Natürlich. Oh yes. Rüstung. Dankeschön für die Rüstung. Ah, geil, ich habe auch volle Rüstung. Geil. Pass auf, ich könnte jetzt wenden, dass gleich jemand von hinten uns attackiert. Ja, äh, ne, doch nicht. Ne, diesmal doch nicht. Gib mir mal TNT, bitte. Ja, ich muss jetzt mal hinkommen, ne? Wo bist du denn? Ich bin hier, ich bin hier. Hast du was einfach? Ja, hier, hier. Nein, hab ich nicht. Ich hab nur TNT, oooh. Ist das runtergefallen? Wo bist du? Ich bin halt da gerade, wo du dich hoch gebaut hast. Hm? Wie viel TNT brauchst du? Mir egal, hast du einen Wasserheimer? Nein, den hab ich nicht. Super, wie kann man dann da bitte TNT-Bus machen? Ich kann, also ich weiß wie er geht, aber ich glaube nicht, dass ich ihn kann. Ich hab schon geschafft. Warte, ich teste mal, okay? Warte, ich geb dir mal ein paar Sachen von mir, okay? Ja, ja. Warte. Ne, lass mich das sonst testen, das ist ja mein Video. Ja, okay, dann mach ich das. Aber ich geb dir mal mein ganzes Equip. Ja. Ein bisschen was behalte ich. Warte mal, das schenk ich dir noch. Das behalte ich, das behalte ich, den gebe ich dir die Schwerte. Es reicht, es reicht. Es reicht ja. Erstmal ein paar Druckplatten. Mach schnell jetzt, schnell! Warte doch mal, ich mach den ultimativen TNT-Bus. Nee, pass auf, Alter. Nein, nein, ich will aber nicht auch noch sterben, wenn du das jetzt machst. Nein, 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 nein. Scheiße, bau das mal ab, wenn du ne Spitzsacke hast. Keine Spitzsacke. Ich baue mit. So, komm. So, okay, mach schnell. 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 Nein, nicht von hinten. Nicht von hinten. Nein, 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 nein. Das brauchst du nicht. Musst du machen. So, hier, ja genau, hier zwei. Hier zwei. So, und dann machst du hier drückgabend und dann gehst du so rauf und bam. Aber dann musst du mal rauf und dann zurück und dann wieder rein. Aber weh, du verreckst. Oh, du scheiße, nein, oder? Ich bin einfach vorbei gesprungen. Du bist aber noch am Leben. Ja, ich bin hier unten gelandet. Gib, gib mir, okay, warte, ich geb dir noch ein Zeug wieder. Gib mir deine TNT bitte. Warte, gib mir mal TNT bitte. Ich bin zu blöd dafür, ich bin zu blöd dafür. Ja, ne. Ich hab das einmal hingekriegt bis jetzt. Ein einziges Mal. Ja, warte. Dir Schuhe hast du noch. Ja, das gebe ich dir noch. Eigentlich gehört mir. Hast du noch Karten? Ich hab Holz, was ich dir geben kann. Ja, ne, gib mir Holz bitte. Ich, ich, okay, komm. Ja, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. So, okay. Dann kommen welche zu uns. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, warte, warte, pass auf, pass auf. Ich hab nur zwei Herzen. Ich kann nicht. Hier hat dein Goldapfel. Ich hab Spaß. Warte, das war jetzt der Idee, muss ungebeten sein. Scheiße, und von der anderen Seite kommt auch eine. Ist deine Herzen, oder? So, komm. Jolo. Ich bin dauernd. Ah, scheiße, ich konnte ihm noch ein paar Päten abziehen, aber nicht viel. Bist du tot? Ich würde sagen, nach dem Fail würde ich sagen, was ist mit der Aufnahme und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Tut auf jeden Fall auch mal bei dem SideX LP vorbeigucken und dann kann er sich auch noch verabschieden. Ich sag schon mal Tschüss. Jo Leute. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschau. Tschau.